Fendi und Sie sind das schönste Paar des Abends. Ach, wer weiß. Obwohl, hier kommt Sofia Tomala mit Sascha Zverev. Die sehen ja auch nicht so schlecht aus. Warum haben Sie sich denn damals eigentlich getrennt? Wenn man Sie so sieht, dann fragt man. Da musst du Sie fragen. Das ist jetzt etwas komplexer. Aber manchmal leben sich Sachen auseinander. Steht Weihnachten vor der Tür? Wie werden Sie feiern? Ja, also ganz normal. Aber keine Ahnung. Das ist noch 14 Tage hin. Bis dahin kann noch so viel passieren. Schauen wir mal. Wenn so alle hingucken bei einer Trennung. Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, bin ich ja gewohnt. Aber weiter geht es halt. Muss man das Beste draus machen. Ich versuche das halt mit Humor und Entertainment zu verarbeiten für mich. Und die meisten finden es sensationell gut. Manche nur sehr gut. Damit muss ich leben mit der Kritik. Strecken Sie schon die Fühler ein bisschen wieder aus? Wonach? Ach so. Bei aller Liebe. So schlimm ist es wirklich noch nicht. Also wirklich. Ich kann ja hier mal jetzt rumgucken oder so. Aber ich gucke mal hier. Wenn die frei wird, bin ich auf jeden Fall dran. Aber irgendwann ist dieции noch nicht dran. Ja? Abergeowund ist alles toll. Was ich da advisory? Ich bin einfach so gewesen, ja. Du bist die Etathemie. Klug Gottes5 시간. Oh, jetztge thema. Danke- nach beeper. Danke. Danke. Danke.